Norddeutscher Rundfunk 2021 Er hat alles, um ein ganz Grosser zu werden. Er kann singen, Klavier spielen, er komponiert und seit Kurzem kann er richtig gut tanzen. Er hat nämlich die Sendung «Darf ich bitte?» und rockt. Er hat sie gewonnen und hat sich in die Herzen vollen Zuschauertanz. Was kann er eigentlich nicht? Der Mr. Schweiz aus dem Jahr 2010, Jan-Oliver. Und wieso will er jetzt ein Jahr verreisen? Das finden wir heute draus. Ein schönes Beispiel bei uns. Danke. Ich bin sehr gerne hier. Wenn man dich von aussen betrachtet, habe ich das Gefühl, du hast eigentlich alles zum Superstar. Es fehlt nicht wirklich etwas. Ich glaube, nein. Nein, du siehst ihn selber nicht so. Nein, also, was ist ein Superstar? Gibt es das Gefühl? Wenn man als Manager wahrscheinlich einen Superstar zeichnet, dann würde man sagen, er muss gut aussehen, wenn er Musik machen will, sehr gut Klavier spielen können. Ja, genau. Ich glaube, andere Sachen sind mir da wichtiger, wie zum Beispiel kochen oder ... Das kannst du kochen? Ich koche gerne. Ja, das ist mir wichtig. Ja, voll. Nein, das ist jetzt auch nicht etwas, das ich mir in der Kamer zu Hause überlege und finde, ich kann das und das und das. Eigentlich wieso hat mich noch niemand. Mega entdeckt. Du hast ja unglaublich viel gemacht in deinem Leben. Ja, ich finde nicht. Findest du es? Nein, irgendwie nicht. Jetzt bin ich 31, ich werde 32, und ich habe das Gefühl, ich muss auch so viel machen. Darum gehst du jetzt reisen. Du hast ja zuerst mal weg. Verschiebst du es noch mal? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir gehen dieses Jahr reisen, und das soll aber ein Arbeitsjahr werden. Ein Arbeitsjahr? Das klingt gut. Was machen denn ihr so in deinem Arbeitsjahr? Also ich komme eigentlich jetzt gerade, meine Finger sind noch ganz braun, vom Arbeiten am Camper, wo wir uns zutaten haben. Und ich baue dort ein Musikstudio rein, das ich unterwegs aufnehmen kann. Das gibt dann nach einem Album. Das weiss ich noch nicht. Aber ich habe sicher ein paar Projekte, die ich am Komponieren bin. Und dass ich einfach arbeiten kann, das ist so etwas. Das ist sehr cool. Du sprichst auch ein gemeinsames Projekt an. Es hat auch einen sehr schönen Namen. Wie sind ihr auf das Kopf? Wir sind dann gesessen und haben unseren Projektnamen überlegt, die unsere Art wieder spiegeln sollte. Und unser Projekt. Die Grundlage des Projekts ist eigentlich, dass wir zwei unterwegs sind, unter dem Himmel eigentlich. Und haben keinen Plan, was wirklich passiert. Und sie lassen uns leiten und gehen mit der Natur. Sie sind sehr naturverbunden. Und auch ein bisschen spirituell, ein bisschen mystisch und hier am Mond. Und ja, so. Welche engsten Raum machen ihr zwei hier? Sechs Quadratmeter haben wir miteinander. Das ist eine gute Beziehungsprobe, oder? Ja, es ist eine gute Probe, ja. Und das machst du gerade am Anfang der Beziehung? Das ist ja auch noch gut, oder? Wir sind jetzt noch nicht so lange zusammen. Aber es ist gerade gut. Wir haben uns schon vor einem halben Jahr entschieden, dass wir diese Reise machen. Weil wir beide noch Projekte hatten, mussten wir sie jetzt auf den Juli schieben, damit wir dann erst gehen können. Ja. Was ist denn der Auslöser gewesen, dass ihr gesagt habt, das machen wir jetzt miteinander? Wir sind zusammen von den Bergen nach Hause gefahren. Und ich fand, sie hat von einer Reise erzählt, als sie reisen ging. Und ich fand, ich könnte auch mal länger reisen. Das habe ich noch nie gemacht, so sechs Monate oder ein Jahr, mindestens ein Jahr. Und dann sagte sie so, ja, wieso machen wir es nicht? Wieso machen wir es nicht? Ja, weisst du, die normale Antwort ist ja dann, ja, noch nicht gleich jetzt. Jetzt haben wir ja noch sehr viele Projekte. Ja, wir finden ja immer einen Grund, etwas nicht zu machen. Und sie fand, bis Ende Woche oder bis Ende Monat, bis Ende Monat, sagen wir, geben wir ein Commitment, ja oder nein. Und nach ein paar Tagen haben wir beide gefunden, komm, wir machen es einfach. Und wer eigentlich die andere Person ist? Sarah, das sieht man auch von ihrer Seite, ein wunderschöner Song. Wir machen ja zusammen Musik, gell? Ja, ja. Sie sind Musical-Dasteller. Ja, ja. Das Projekt ist, wir sind eigentlich unterwegs, und wir wollen uns komplett finanzieren, über Strassenmusik. Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen der Backbone vom Projekt. Wir wollen uns finanzieren, über die Musik machen. Wir haben sehr, sehr viel Potenzial, weil wir hören jetzt einmal schnell rein, und das kommt also sehr gut daher. Musik Musik Macht das etwas mit dir? Du hast gerade die Strahle gesehen. Ich denke einfach gerade an diesen Abend. Was ist das für einen Abend? Ja, das ist in Lausanne. Das war eigentlich eine freie Bühne, wo die Leute einfach auf die Bühne gehen konnten. Und wir haben den Song einfach zusammen gesungen zu Hause, weil wir sind den Film schauen, Star Is Born, und haben beide so berührt von diesem Film. Und haben dann den Song angefangen zu singen, und dann waren wir dort. Und dann haben wir so gefunden, hey, eigentlich könnten wir den Song jetzt spontan singen. Und dann haben wir das gemacht. Und ich war so nervös, wie noch selten. Ja, das war etwas ganz anderes. Mhm. Ist das auch etwas, das man auch hört, wenn ihr in Europa unterwegs seid, mit eurem Camper, und dann irgendwo eure Zelte aufschlagen? Ja. Ja, also, ich bin seit Monaten am Gitarren übeln wie ein Wilder, weil mit einem Klavier ist es sehr umständlich, an der Strassenmusik zu machen. Und ich bin überhaupt kein Gitarrist. Also, ich bin jetzt nicht wirklich ... Ich bin sehr gefangen in diesem Instrument. Ich bin noch nicht frei. Aber das ist eben auch ein privates Ziel für mich, dass ich Freiheit erlange in diesem Jahr an der Gitarre. Eins von diesen ... Eins von meinen persönlichen Zielen. Was gibt es noch für andere Ziele, die du gesetzt hast? Ähm ... Persönlich? Ja. Ganz persönlich. So heisst du deine Hände. Ding! Äh ... Ja ... Pff ... Was habe ich noch? Ähm ... Ich will generell sagen, für mich ist wichtig, dass ich viel Output habe in diesem Jahr. Mhm. Dass ich einfach viel kreiere. Ähm ... Und das ist nicht nur in der Musik. Ähm ... Ich mache auch sehr gerne und zeichne eigentlich. Äh ... Und habe das lange auch nicht gemacht. Und dieses Jahr sollte auch so ein bisschen ... Äh ... Ja, eben diese Freiheit für solche Sachen lassen. Der Raum für das lassen. Mhm. Und was hat sich Sarah für Ziel gesetzt? Ähm ... Ähm ... Auch ... Bei uns ist beides im Falle ein bisschen Freiheitsthema. Ähm ... Und da geht es auch darum ... Ich glaube ... Sie hat sich ... Äh ... Es ... Es ... Es ist einfach so eine performerische ... Ähm ... Performerische Freiheit eigentlich. Ja. Weil, was nebenan schräg ist, wenn man auf der Bühne steht, hat man oft das Gefühl, man muss irgendeinem Bild gerecht kommen und so und so rüberkommen. Ähm ... Auch vor einer Kamera. Da kennst du das sicher. Aber ... Aber ... Am ... Natürlichsten kommst du, oder am besten für dein eigenes Gefühl ist es eben, wenn du ... Komplett ... Dich selber sein kannst. Und komplett frei, die Freiheit eigentlich, kannst du dich selber zu sein. Äh ... Und das ist etwas, was man lernen muss. Und das ... Das würde ich ja sehr empfehlen, auch vor der Kamera, oder? Ja. Ja, ja, ja. Das ist ja wahrscheinlich bei beiden auch ein Thema. Wahrscheinlich. Mhm. Du, ist das dann die Frage von deinem Leben? Das weiss man nie. Oder ist das jetzt der Test, um das herauszufinden? Das könnte eine mögliche Partnerin sein? Weisst du ... Was ich gelernt habe, ist, dass es vor allem mit einem selber zu tun hat, glaube ich, ob jemand die Frau oder der Mann von seinem Leben ist. Ähm ... Und äh ... Ich bin an einem Punkt, an dem ich, äh ... wo ich, glaube ich, reif für so etwas bin. Also von dem her könnte es sein. Könnte das sein? Könnte es sein. Es gibt nicht einfach ein Ja oder ein Nein. Oh mein Gott. Könnte es auch sein, dass es dir auch eine Familie geben könnte? Unterwegs meinst du noch? Unterwegs zum Beispiel. Wir kommen zurück mit Drilling. Und dann ... Nein, das glaube ich zwar nicht. So schätze ich mich jetzt nicht ein. Nein, nein, nein. Also ... Du hast ja auch schon gesagt, das könnte dann auch mal ein Thema sein. Ja, also ich bin ein Familienmensch. Ich komme aus einer relativ grossen Familie. Und äh ... Mit dem Alter ... Ich merke immer mehr, wie wichtig es ist und wie schön es ist, wenn man so einen engen Kreis von vertrauten Leuten hat, die einen mega gut können. Da gehört möglicherweise Kind auch dazu. Für mich? Ja. Ähm ... Ja, sicher. Sicher. Und es wird immer mehr Thema. Oh Gott. Ja, genau. Du testest das jetzt das erste Mal mit deinen 6 m, oder? Jetzt müssen wir mal das erste ... Ich finde das sehr mutig. Genau. 6 Quadratmeter. Ja, das ist 6 Quadratmeter, ja. Aber gell, das Camperleben findet ja meistens vorausser statt. Ja, wir machen das ja auch gut. Dann geht ihr im Winter in den Süden und im Sommer in den Norden, so dass ihr immer gut draussen leben könnt. Ja, aber sonst die armen Fingerchen beim Gitarren spielen. Das geht sonst nicht im Winter irgendwo in Glasgow. Ja. Genau. Jetzt ist die Sache ja das erste Mal mit jemandem, wo du es auch in die Öffentlichkeit rausnimmst. Oder zumindest hast du auch bei Dorf ich bitte darauf hingewiesen, wieso hast du das geändert? Oder hast du gefunden, es passt, weil ihr beide schon irgendwo mehr im Schaufenster stehen? Nein, es hat mit dieser persönlichen Freiheit ein bisschen zu tun. Ähm ... Ja, eigentlich mit dem. Und ich bin ... Ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Ich wollte einfach, dass es siritisch. Ähm ... Ja. Das ist eigentlich ... Das ist eine Schicht und dann ist es auf einmal öffentlich gesehen. Ja, genau. Das ist auch nicht schlimm, oder? Das tut nicht weh. Nein, nein. Ich bin jetzt auch nicht jemand, oder wir beide nicht, die News lesen oder uns zudrehen mit dem. Darum ... Wir haben es gar nicht mitbekommen, dass es öffentlich wurde. Oder so. Mhm. Ja. Ja. Das ist eine unglaubliche Sendung, die nämlich sehr du bestimmt hast. Ja. 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 Ich habe es ... Es ist einmal gestaunt, dass sie mich überhaupt angefragt hat. Wieso haben Sie nicht mehr angefragt? Ich bin drei Jahre weg vom Fest, sozusagen. Und danach kommt so ein Anfang. Was spinnen die? Und die haben sich sicher verwählt. Aber es hat gestimmt. Und ich habe mitgemacht, weil ... Ich habe mir gesagt, ich will lernen. Also, wenn ich schon sozusagen bezahlt werde, um zu lernen zu tanzen, dann ... Also ... Dann muss ich das doch auch wahrnehmen. Mhm. Und ich kann gerade auch Zeit geben. Oder ich kann mir die Zeit selber nehmen. Und ja. Also, ich habe mir gesagt, wenn ich das mitmache, möchte ich lernen zu tanzen, nicht einfach eine Choreografie abspulen. Und das hast du unglaublich gut gemacht. Wir schauen auch mal schnell rein. Wir haben einen kurzen Zusammenschnitt vorbereitet. Wir haben einen kurzen Zusammenschnitt. Lustig. Lustig, oder? Mit der Mami. Das ist ... Das hat ja sehr viel Sympathie gegeben. Ja. Mami hat da zugesehen und gefragt, wenn du doch ... Ich wage mich da mit dir auf das Parkett. Sie hatte keinen Plan, was es überhaupt ist. Die Sendung? Ja, sie wohnt ja immer noch auf dem Bauernhof. Sie ist ... Nein, meine Eltern sind zusammen. Ja, aber das ist schon länger. Das ist seit Jahren schon wieder. Ja. Also, ich habe schon fast vergessen, dass sie mal traurig waren. Ja, die sind schon lange wieder zusammen. Ähm ... Aber nein, sie wusste es nicht. Sie wusste nicht, was es ist. Ich habe sie gefragt. So mit Handyaufnahme. Bist du dabei? Wollen wir zusammen tanzen? Für das und das? Und sie so, was? Jetzt? Nein. Dann, dort im Fernsehen ... Sie so, also gut, also gut. Aber ich hatte eigentlich keine Ahnung, was es ist. Und sie hat mir nachher gesagt, wenn ich gewusst hätte, was es für eine Sendung ist, hätte ich sicher nicht zugesehen. Aber sie hat es ja so gut gemacht. Sie haben ja ... Ja. Sehr viel Stimmung gefunden. Sie hat es mega gut gemacht. Und ich bin ... Ich bin froh, wenn ich es mit ihr nicht gemacht habe. Mhm. Ich hatte zuerst auch einen Kollegen im Kopf, der dachte, wir könnten das etwas lustig machen. Und da habe ich erfahren, dass es jemand eigentlich schon das so vorhat. Und dann fand ich, komm, was ist das Ehrlichste? Ich frage die Mutter. Das wäre so eine gute Erinnerung für uns. Was hat es mit euch gemacht? Mit dir und Mami? Das ist auch ein spannender Prozess, oder? Sohn führt, Mami muss folgen. Das ist genau das Thema. Du weisst, was ... Du weisst, was ... Du weisst, was ... Du weisst, was ... Das ist einfach schwer. Das ist so schwierig. Ja, ich ... Wahrscheinlich auch für sie. Ja, wahrscheinlich. Deine Mami, die auch schon immer sehr alt dich ein wenig geschipfelt hat und geschaut hat, dass du auch richtig Gas gehst. Genau. Immer gepusht hat, oder? Das hat sie immer gut gemacht. Das war immer etwas nervig, muss ich sagen. Deine Mami? Nein. War es so pushy? Nein, also ... Ja, also ... Nein, beide Eltern ... Es ist eigentlich ein brutales Luxusproblem. Wenn du Eltern hast, die an einem glauben, kann auch schwierig sein. Ja. Und für mich ist das manchmal fast ein wenig nervig geworden, weil ... Du wirst halt denen zuschau gestellt, wenn du Klavier spielen kannst und du bist bei jemandem auf Besuch, der ein Klavier hat. Dann heisst es ... Du, Jan, schau mal, dort wartet schon ein Klavier auf dich. Dann ist es so ... Ah ... Das hat mich ja oft genervt. Aber jetzt beim ... Nein. Ich bin aus dem herausgewachsen. Du bist aus dem herausgewachsen? Ist das der Grund, warum du dich noch etwas schulisch verweigert hast? Nein, nein. 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 Es ist ... Beim Tanzen sind tatsächlich diese Sachen manchmal ein wenig aufgekommen. Ehrlich? So ein wenig, dass ... Weisst du, was ich fand, so ... Nein, du musst jetzt das so und so machen. Du musst das so und so zuerst machen. Ah ja. Aber es ist noch witzig. Haben die gerade so eine Vergangenheitsbewältigung miteinander gemacht? Beim Tanzen kommt man sich wirklich nicht nur körperlich näher. Mhm. So schön. Es ist mir sehr schön. Wissen Geschichten bereinigt aus der Vergangenheit? Äh ... Es hat uns im Fall tatsächlich einfach ... Noch ein wenig ... Ich glaube ... Nein. Das wäre ein kitschiger Satz, das zu sagen. Es hat uns noch näher zusammengebracht. Es ist eigentlich nicht wahr. Wir sind nach wie vor gleich nahe. Aber es ist ... Wir haben einfach noch mal ... In einer Extremsituation miteinander funktioniert. Eigentlich. Und das war einfach ... Ein megas Erlebnis für uns beide. Und darf ich dich bitten, für dich jetzt als Künstler schon auch ein gutes Erlebnis zu geben? Was hast du mitgenommen in dieser Zeit? Ich habe ... Ich habe einfach ... Ich habe sehr hart gearbeitet. Ich habe sehr hart gearbeitet. In kurzer Zeit. Und für mich ist das wieder mal ein Beweis, wenn du hart an etwas schaffst und ein genaues Ziel hast, dass du das erreichen kannst. Und das ist immer wieder eine super Bestätigung, wenn man so ein Erlebnis erleben darf. Von denen hast du ja eigentlich schon ein Paar gehabt, oder? Ja, ich ... Ich weiss nicht. Also in der Kindheit denke ich es mir sehr, oder? Du bist ein paar Mal auf dem Podest gestanden, und bei Sportanläuse z.B. Ja, genau. Also sportlich schon und hobbymässig so eigentlich auch. Ähm ... Aber ja, gell ... Mr. Schweizer würde ich jetzt z.B. nicht drauf tun auf diese Liste, weil das ist etwas, wo ich nicht wirklich viel dafür gemacht habe eigentlich. Ähm ... Aber ... Ja, es tut eben ... Die Belohnung ist am grössten, wenn man wirklich halt am meisten Input gibt und dann belohnt wird eigentlich mit ... Ja, wie auch immer. Mit einem ersten Platz oder ... Das heisst so ... Genau, da sehen wir es übrigens. Ich finde deine Frisur hier sehr spannend. Ich musste zuerst zehn Mal schauen. Bist du das jetzt wirklich? Ja, ich hatte immer lange Haare. Ja, es gab noch eines mit den ganz langen Haaren. Ich hoffe, das können wir nachher auch noch schnell zeigen. Das mit den Mittelscheidlern. Aber bei mir ... Ah, der ... Die sind grossartig. Also man muss sich fast noch unter den Haaren suchen. Ich weiss noch, wo das sind. War das deine Sturm- und Drang-Zeit, die du mal ein bisschen mussten ... Die habe ich gerade ... Ja, ich war noch zehn. Ehrlich? Wie hat dich hier so zehn? Die war durchgegangen. Ich habe immer lange Haare. Hast du immer lange Haare gehabt? Ja, voll. Ich habe immer lange Haare. Ich war ein unglaublicher Indianer-Fan. Ähm ... Und ... Das war eigentlich meine ... Ich war eigentlich schon ein bisschen Hippie dann. Schon immer? Ja, ja. Ich war wirklich mit Federschmuck in die Schule. Was nicht unbedingt gut ist für die Beliebtheitsskala. Ja, da hat man dich dann nicht fast so ein bisschen ausgelockert. Doch, eh. Also nicht mit so einem Federschmuck, aber mit so ... Mit so ... Und da so ... So ein bisschen Federn-Sachen halt so. Mhm. Hast du einfach ein bisschen auffallen? Nein. Nicht? Sondern mir hat das einfach gefallen. Mhm. Dann hast du so viel Selbstbewusse gehabt, dass du das dann auch gemacht hast. Ja, habe ich tatsächlich gehabt, ja. Und vielleicht haben wir halt dann ... Ich weiß nicht, was ... Wenn ich in der dritten, vierten Klasse bin und du läufst so herum mit Federn, dann bekommst du bei dem Buben sicher nicht gut an. Nein. Aber das war mir recht egal. Das ist dir, glaube ich, das ist ein bisschen das Naturelle. Das ist ein unglaublich gutes Selbstbewusstsein. Das meint ganz im positiven Sinn. Woher kommt das? Ähm ... Es hat ein bisschen damit zu tun mit ... Es ist einfach etwas, an dem ich immer und heute auch noch immer wieder daran arbeiten muss. Weil man wird ja immer konfrontiert mit der Welt. Das und mit allem. Wenn man so arbeitet, wie man arbeitet. Ja, genau. Und mit den Menschen. Ja, du sagst es. Und dann ... Ähm ... Äh ... Ja ... Es gibt halt Bilder, wo die Leute normal sind und dementsprechend, was man sagt und wie man sich benimmt. Und mehr und mehr und mehr. Und das mehr war bei mir schon immer ein Torn im Ohr. Und wir haben mich ... Das hat mich ... Das hat mich ... Ja, das hat mir früher eben als Rebell gemacht. So, hm ... Wenn man das macht, mache ich das nicht. Was war der Grund dahinter? Dass Sie einfach aufgeregt hätten? Äh ... Nein, ich glaube, Freiheit ist bei mir ein grosses Thema. Und es ist so ... Nein, wenn ich das anders empfinde, dann kann ich das auch anders machen. Dann mache ich das auf diesen Weg und auf diesen Weg. Aber ja, heute ... Ähm ... Ich glaube, ich muss sowieso an diesem Bewusstsein immer wieder arbeiten. Und da bin ich im Fall immer noch dran. Mhm. Und was machst du konkret dafür? Mich scannen im Alltag. Bin er ... Jetzt oder wie auch immer, in allen möglichen Situationen mit anderen Menschen, oder mit mir selber, wenn ein Gedanke kommt von z.B. Negativität oder von Unsicherheit, und ich finde, hey, nein ... Oder oft sagt man sich im Kopf so ... Hey, nein, du bist so dumm. Weisst du ... Es gibt ja wirklich solche Sachen, du bist so blöd. Wieso hast du das so gesagt? Dann gleich noch mal die Gedanken ... Reframen. Ja, genau. Reframen. Gerade noch mal sagen, nein, bin ich nicht. Du, da war ja eigentlich so der Mr. Schweiz Titel eine total gute Übungsanlage. Das war Horror. Das ist im Fall ... Weisst du, wie Horror war? Also eigentlich, wenn man dich so gehört reden kann, fragt man sich ... Das habe ich schon immer gefragt, wieso hat der Mann an den Mr. Schweiz mal mitgemacht? Was hat der Gritte? Ja, eben ... Dort war ich in der Ultra-Hippie-Phase, wo ich einfach das Gefühl hatte, ich mache alles nur nach Bauchgefühl. Mhm. Wirklich, ausschliessend. Ich habe jeden Entscheid nach Bauchgefühl gemacht, nicht nach was ist rational, macht Sinn. Ähm ... Und ... Es hat sich gut angefühlt, wie ich es gemacht habe. Also der Sieg ja wahrscheinlich auch, oder? Nein, das war eben wieder schräg, weil dort, wo der Name gefallen ist, habe ich das Gefühl, der Ratio eingesetzt, wo ich gefunden habe. Jetzt kann ich nicht studieren, ich kann nicht mein Auslandjahr machen, all das. Und dann sind ja auch sehr viele spezielle Sachen gekommen, oder? Du machst so Unterwäsche, Fotos mit nacktem Oberkörper. Ja. Horror-Zeit? Ich dachte, ich habe das gestern eingeben, und dachte, es bleibt dann ... Oh Gott, nein, du musst es googeln, Armi, es tut mir leid. Also es ist ja ... Es sieht ja alles sehr toll aus, und so. Aber wahrscheinlich ist das ja dann schon auch noch speziell, wenn du an dem Abend denkst, oh nein, das ist es jetzt nicht, und dann bist du nachher ... ... machst du für Autos und Unterwäsche. Ich hatte einfach keinen Plan, was ich mich einlasse. Effektiv nicht. Ich habe mich ja auch ... Meine Idee war aber auch, wenn ich mich nicht informiere, was es ist ... Tut es auch nicht weh. Nein, dann ... Vielleicht. Aber dann ... dann ... mein Kopf, mein Bauchgefühl nicht beeinflussen. Aha. Ja, das ist eine spannende These. Ja, voll, oder? Und darum informiere ich mich eigentlich gar nicht darüber, was es ist, und was ich dann machen muss. Ich weiss einfach so ... Ja, das ist ... Das gibt es. Ja. Mal schauen. Und darum war ich so entspannt. Das hat wahrscheinlich auch dafür zugeführt, dass ich das Ziel gewonnen habe. Ja. Aber hast du irgendetwas Positives mitgenommen? Ich meine, so viel Karriere war es ja super. Es war ein Durbo-Booster. Auch wenn natürlich dann nachher immer auf das Thema Schönheit ... Gut, ich weiss ... Ich weiss ... Sorry. Ich sehe es in jedem Interview. Fällt einem das dann so aus, wenn man bei dir durchscrollt, es geht dann immer ums Gute ausgesehen. Aha, ja, voll, ja. Was mir übrigens gar nicht so wichtig ist. Aber ja, das ist ... Da habe ich mir nicht Gedanken darüber gemacht. Und ob es ein Turbo-Booster war, weiss ich im Fall auch nicht. Es hat auf jeden Fall ... Ich bin so einfach sicher in der Öffentlichkeit. Aber ... Für mich war das eben gerade sehr schwer, weil ... Wenn du als 21-Jähriger in einer Öffentlichkeit bist, wo alle das Gefühl haben, sie wissen, wer du bist, und du weisst es selber noch nicht, dann ... wird es schwer. Mhm. Ich hatte ein sehr schweres Jahr im Sinne von ... immer das machen, und nachher ... Aber zu Hause ... Ich mag eigentlich nicht mehr die Däumen hier oben behalten. Mhm. Und vor allem ... Ich nehme an, dieses Musik-Thema ist ja immer mitgeschwommen bei dir, seit du klein bist, oder? Ich war im Konservatorium mit 13 und hatte ... einen grossen Plan, ein Pianist zu werden. Klassische Musik. Eine grosse Leidenschaft von mir. Und äh ... Ja, das habe ich dann auch verfolgt, bis ich dann gemerkt habe, dass klassische Musik ganz viel mit ... Wettbewerbsspielen zu tun hat, was für mich keinen Sinn macht. Musik ist für mich keine Competition. Darum habe ich das aufgegeben, eigentlich. Und da war ich in diesem Suchungsjahr, wo eben das Mr. Schweizer passiert ist. Und wie hast du dann nachher wieder zu der Musik zurückgefunden? Weil immerhin ist ja dann relativ bald darauf ... Auch ein erstes und zweites Album gekommen, 2013, 2014. Es war nicht ein Zurückfinden, sondern es ist eher eigentlich ... So ein wenig ein ... Ja, eigentlich kurz vorher muss ich sagen, als ich gesagt habe, ja, ich mache eigentlich keine klassische Musik mehr. Also öffentlich sicher nicht, sondern für mich nur noch. Ähm ... Aber weil trotzdem öffentlich eigentlich Musik davon leben können, also ... ähm ... fange ich an, Songs zu schreiben. Und dann hatte ich so ein Tue mit einem Gitarristen zusammen, und dann fange ich Sachen zu schreiben, und dann bin ich in der Schweiz geworden. Und habe das immer weitergemacht unterdessen, ähm ... bis ich ... halt gelernt ... nach drei Jahren ... halt ... relativ gut habe ich einen Song schreiben können. Und das war gerade das Ende Mr. Schweiz-Phase. Und dann ... ist das Timing einfach gut gewesen. Weil ich hatte einen guten Song, und das hat geheiss ... Und man hat halt gesehen, uh, den könnte man vermarkten. Oder? Ich sage ja, da hilft es ja dann eben auch. Ja, ja, klar. Und von dem her hat es dann auch geholfen. Äh ... Aber ich war dann für mich noch kein gestandener Musiker. Aber du bist damals schon auf der grossen Bühne geschandt, gerade mit dem ersten alten Great Escape, und dem zweiten, der dann kam, und dann schauen wir auch schnell rein, die ganz grossen Bühne hat. Und dann haben wir schon 2013 und 2014 gerockt. Ja! Oh, Baby, touch your word. Es war noch ein bisschen ein anderer Jahr, oder? Ja, ein bisschen. Aber sehr erfolgreich. Ich meine, du hast zwei Alben herausgebracht, die schon sehr erfolgreich waren. Und dann hast du auch wieder einen Break gemacht. Ja, ich habe diese zwei Alben gemacht. Und war immer noch ein bisschen planlos unterwegs. Einfach mal ... Einfach ja nicht festlegen und Menschen mit Freiheit. Ja, genau. Und bis ich dann erst für später erfahren habe, dass eigentlich Planung und Organisation Freiheit sind. Aber das habe ich dann eh ... Zuerst musste ich noch etwas erwachsen werden, bis ich das herausgefunden habe. Ja, dann war ich als Baby. Du warst als Baby? Was hast du in dieser Zeit gemacht? Bis du 2018 wieder aufgetaucht, bist du als Musicaldarsteller in dieser Zeit? Ähm ... Wie ist das Schöne und das Beisst als Gustav? Ich bin ... Äh ... Ich bin auf Berlin. Zwei Monate. Weckere Frau? Nein, mit einer Frau. Mit einer Frau. Das ist auch ... Ein echt gutes ... ... Thema. Nein, es ist ein gutes Thema. Weil ... Darum sitze ich auch ... Da. Schlussendlich. Nein. Ich war sehr planlos unterwegs. Ich musste in diesen zwei Monaten Berlin mit meiner damaligen Beziehung merken. Das war übrigens 2016. Ähm ... Dass ich irgendwie nicht ehrlich bin mit mir selber. Und ... Dann habe ich das herausgefunden. Und habe gemerkt ... Pff ... Mir fällt das Dach über dem Kopf zusammen. Ich muss ... Ich muss Veränderungen haben. Und zwar an mir selber. Und weil ich ... Das noch nicht sofort einfach umsetzen konnte. Ich musste zuerst das Grösste, das einen beeinflusst, ändern. Das Umfeld. Also musste ich mich aus dem Umfeld herausbegeben. Und ... Das heisst, die Übersetzung der Freundin tränen? Ja. Und ... Mich von Berlin entfernen. Und hatte die Möglichkeit, auf L.A. zu gehen. Durch ... Musikkontakt. Wo ich ein Angebot bekam zum Musikproduzieren. Eigentlich bin ich ein Produzent. Ja, aber wie kommt man dann auf L.A. zu einem Musikproduzent? Ah, das war per Zufall über Kontakte. Ähm ... Als meine Songs gingen, die das gezeigt haben. Der hat es dem gezeigt, der hat es dem gezeigt. Dann ist er bei dem gelandet. Und er fand, sag dem, 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 dem. Ich will den sehen. Und nachher bin ich über. Und habe ihn getroffen. Und habe im Gespräch mit ihm in ... In einem Hotel per Zufall gerade noch den Job bekommen als Barpianist. Aha. Also es ist einfach so schnell gegangen. Und in zwei Wochen, als ich dort war, hatte ich sozusagen fast einen Albumvertrag in den USA. Und einen Job in Beverly Hills im Montagehotel. Und dann ... Jetzt müssen wir jetzt erst mal arbeiten, oder? Ja, es war absurd. Und dann habe ich alles mein Zeug übergeschiffen. Und nach einem Jahr, acht Monaten, habe ich jeden Tag dort ins Klavier reingedockt. Und es ist aber doch auch noch viel Musik entstanden, oder? In dieser Zeit. Ja. Das war vorhin sogar. Oder war das vorher sogar? Ja. Das war vorhin, ja. Das war kurz vor Berlin. Nach acht Monaten hast du dann genug gefunden. Nach acht Monaten war ich jetzt wieder unterwegs. Ja. Ach gut. Ausgespielt bist du ja. Ja. Ausgedöckelt. Aber wäre denn L.A. etwas für dich? Weil du hast auch schon gesagt, man könnte ja wieder auf L.A. gehen. Ja, also der Plan ist auch ... Ich war dann ein Jahr bei dort und habe viele gute Kontakte gemacht. Ich wollte das Album übrigens dann schlussendlich nicht machen, weil ich nicht ready gewesen war. Für mich. Schon wieder ein ... Nein, ich war nicht parat mit Songs. Ich hatte keine gute Songs. Und ich wollte nicht etwas produzieren, das mir nicht gefällt. So war ich nicht ready gewesen. Aber ich habe gute Kontakte gemacht im Sinne von Aufträgen. Also mit viel Musik eigentlich. Kompositionsaufträge. Wo ich wieder erzählen zurückgehe. Es hat sich sehr lange verschoben. Und darum bin ich in der Schweiz gelandet. Eigentlich gestrandet. Und dann habe ich das Angebot bekommen, um das Musical zu machen. Eine Wallenseebühne. Und weil sich das Filmmusikprojekt verschoben hat, habe ich es angenommen. Und dann hast du in dieser Zeit deine neue Liebe wahrscheinlich dann getroffen. Richtig. Dann hast du gedacht, du bleibst jetzt noch etwas länger in der Schweiz. Ja. Von 20 bis 30 kann man eigentlich sagen, du hast unglaublich viel gemacht von L.A. Über zwei Alben, die sehr erfolgreich waren. Der Meister Schweiz Titel. Aber es waren auch sehr viele, wie soll ich sagen, Umkurven im Leben. Ein Fernziel. Hast du das eigentlich? Weisst du eigentlich, wo du hingehen willst? Ja, das Fernziel hatte ich eigentlich immer in all diesen Jahren sozusagen. Und es ist eher eigentlich ein ... Es waren immer viele Sachen, die ich wollte machen. Und zwar Musical. Slash Schauspiel. Also einfach gerne in Rollen und wie auch immer solche Sachen. Und halt Musik machen auf einer Bühne. Und aber auch komponieren. Also Filmmusik in die ... Und das waren immer so Sachen, die mich sehr geflasht haben eigentlich selber. Und es hieß immer, du musst dich entscheiden. Du kannst nicht alles machen. Also das waren dann die Managern? Nein, das hat angefangen von der Familie zu Hause. Du musst auf etwas setzen. Du kannst schon alles machen, aber wenn du wirklich etwas im Gutes willst, musst du einfach etwas immer machen. Was ja auch eigentlich, das macht ja schon Sinn. Aber ich mache einfach ... Ich esse ja nicht nur Spaghetti jeden Tag. Also ... Ja. Das war nicht so cool, neunmal auch. Nein. Ja. Und das hat auch damit zu tun, dass ich so ein bisschen kurvig unterwegs war und einmal das gemacht habe und einmal dieses. Bevor ich ... Als ich 21 war, nach dem Mr. Schweizer, 22 in dem Fall, habe ich den Albumvertrag bekommen. Und ich habe zur gleichen Zeit ein Angebot bekommen als Danny bei Grease. als Hauptrolle für eine Europatournee. Also das war dann eigentlich schon Musical eigentlich gross gewesen. Bei mir im Leben. Aber ich habe mich dann ... ... müssen entscheiden zwischen Robo und ... ... eigentlich ... ... müssen entscheiden, eigentlich. Und habe dann gefunden, ich mache ... Ich setze jetzt auf die Musik. Aber er wollte eigentlich beides machen. Oder? Ist halt dann manchmal auch zeitlich etwas schwierig, oder? Und dann muss man schauen, auf welches Pferdchen setzt man, damit es bei der Karriere hilft. Ja. Ob man das alles übrigens ... ... über die Kinder interpretiert, das hören wir mal schnell. Weil wir sind auf die Strasse gegangen und dann ... ... haben die Schweizer gefragt, wer ist der Jan Oliver? Ja. Sie haben nichts mit der Schweiz, ja. Und heutzutage Musiker? Sieht aber definitiv nach einem Model aus. Oder jemand, der bei der Bachelorette mitmachen könnte. Sie pflegt. Sportlich. Sie hat einen schönen Körper. Sie muss sicher viel Zeit in sich selber investieren, damit man so aussieht. Ich glaube, der sieht sich recht gerne. Eitel vielleicht, ja. Und trotzdem kein Macho ... ... oder möchte gerne Macho. Ich kann mir gut vorstellen, dass Rampo zu an der Strasse nachher singt. Er kann die Leute weiterreissen mit seiner Musik. Als Musiker wird er bei den Frauen 100% viel Erfolg haben. In der Position, in der du bist, kannst du dein Leben so geniessen. Ich glaube, das ist wunderschön. Und Philippi nennt dich darum. Oh, das war noch eine direkte Message von ihm? Ja. Du musst es ein wenig geniessen, dass du kurvig unterwegs sein kannst. Alles kannst du machen, was du möchtest. Ein Jahr reisen, ein wenig in Berlin. Aber das kann jeder. Das kann jeder, genau. Nicht? Aber du machst es. Ja, man muss es eben machen. Man muss es eben machen. Das ist eben der Unterschied. Mhm. Du traust dich dann eben auch. Das hat ... Ja. Also schlussendlich ja. Weil einer meiner schlimmsten Gedanken, die ich mir sehr oft vorführe, bewusst ist, ich bin mega alt und bereue ganz viel, was ich nicht gemacht habe. Was steht denn auf dieser Pocketliste? Oh ja ... Das sind ... Halt eben die Projekte drauf ... Ein Musikprojekt, wo ich ... Wo ich Musik performe, wo ich bei jedem Song einfach ... Wo ich jeden Song voll fühle. Mhm. Selber. Und ... Filmmusik ... Musical. Das sind ... Nach wie vor. Es ist eigentlich immer noch dasselbe. Ähm ... Ja. Da bist du ja jetzt voll dran. Hör mal an, was Sie gesagt haben, wenn er unter anderem gehört, viel Zeit in sich selber investiert. Ja, so lustig. Ja. Was haben Sie für Fotos nicht gesagt? Keine Ahnung. Ich weiss nicht. Die Slogi-Werbung. Ja, wahrscheinlich. Aber machst du das? Mit trainieren, meint sie. Mit schminken. Also schminken durm ich nicht. Nein, aber trainieren. Das ist dir wichtig. So ein bisschen Bodycourt. Im Fall ... Ich bin ein fauler Sack, muss ich ehrlich sein. Was das anbelangt. Willst du nicht sagen, dass der Body so gewachsen ist? Nein, ich habe jahrelang Sport gemacht, aktiv in Vereine. Ähm ... Kampfsport und ... Basketball und Lichtplädig und Tennis. Und das formt den Körper. Ich war nie auf Ästhetik aus, was viele sind. Ich war nie der, der ins Studio pumpte. Ein Pumper. Das ist nicht meins. Sondern ich bin eher auf ... Wenn ich ins Tennis-Training gehe oder wie auch immer und ich brauche mehr Kraft für diesen Schlag, dann gebe ich halt immer mehr Kraft rein oder mache eine Handelübung für das. Und das formt dann den Körper halt auch. Also ... Ja. Eher auf das aus. Das bin ich heute noch. Aber ich trainiere im Fall. Ich bin wirklich faul. Also nach dem Dings. So bin ich übrigens unterwegs jetzt. Ja. Das passt nicht. Das passt total gut. Und ich glaube, wir müssen nicht klären, ob du ein Macho bist oder nicht. Ich würde mal behaupten, du bist wahrscheinlich nicht. Was ist ein Macho? Ein Angebertyp, der sich zeigt? Ein Macho ist so ... Ja, gerade ... Bei mir kommt immer das Bild in der Beziehung, der, der das Gefühl hat, muss sagen, was durchläuft. Nein. Nein, ich bin für Balance. Das lassen wir doch so stehen. Ich wünsche dir ganz viel Spass mit Sarah in diesem Jahr. Ich hoffe, wir sehen ganz viele Bilder. Und du kommst wahrscheinlich, so gehe ich davon aus, mit einem Album Retour. Ich möchte einen Druck machen. Du musst ja ein Ziel haben. Jetzt machst du wieder Druck. Ja, nicht. Aber vielleicht kann man dir eine Zielvision mitgeben für ein paar tolle Songs. Mal schau, ich habe noch einige Ziele, die ich nicht gesehen habe. Das sehen wir dann. Okay. Wir sind gespannt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Danke vielmals für deine Offenheit. Sehr gerne. Ja, und uns gibt es natürlich am nächsten Mittwoch wieder, am 8. oder am 10. Ich unbedingt rein schaue. Bis dahin, gute Zeit. Haltet euch auf. Tschüss.